Mein Name ist Torel Bösen, ich bin 23 Jahre alt, arbeite in der Traube Tonbach, mache hier meine Ausbildung zum Hotelfachmann mit der Zusatzqualifikation Hotelmanagement. Wir starten mit einem Berks Passion. Das ist ein Cocktail aus drei Komponenten, ähnlich wie ein Caipirinha. Hauptbestandteil ist natürlich auch eine Limette und der braune Zucker. Dazu fügen wir aber noch eine Saftkomponente dazu in Form von Maracuja, Maracuja-Saft und Maracuja-Nektar. Auf einer Rumbbasis, jedoch anstatt Cachaca, holen wir unseren Bacardi, also auch einen Zuckerrohrschnaps. Und dann vermischen wir diese. Ciao. Duack reading. Duack reading. So, viel. Duack reading. Duack reading. Untertitelung des ZDF, 2020